Hi zusammen, FabShop hier. Willkommen zu einem neuen Video. Wir beantworten, oder ich habe gerade umfällt, mal komplette Zeitnote. Es geht darum, im Discord wurde jetzt letzten Tage schon öfters mal gefragt und auch im Stream, Fabi, könntest du nicht mal alle deine Dungeon Team zeigen, die du so benutzt, auch wenn sie nicht erreichbar sind, aber vielleicht als Ideengeber. Also, diesem Wunsch möchte ich heute nachkommen, indem ich euch einen Dungeon nach dem anderen mit euch durchgehe. Wir gehen ja alle durch von vorne nach hinten und dann zeige ich euch, wie ich sie aktuell laufe, vielleicht noch mit einer Auswahlmöglichkeit. So, fangen wir mit diesem Dungeon an, dem Iron Twin, der wurde vor kurzem ja genervt. So, und nach dem Nerf war sofort der Sicht, dass man einfach volle Kanne Max LP Damage machen kann. Die Champions sterben nicht, weil der Boss weniger Schaden macht. Das heißt, wir applyen Debuffs. Bäm, bäm, bäm. Im besten auch, wer mehrere Knuts hat, werde ich noch schneller, weil sie einfach viel mehr Damage machen können. Ich sehe gerade meine Akritzer fehlten Item. Deswegen dauert es gerade ein bisschen länger. Ja, meine Akritzer fehlten Item. Okay, also 19 Sekunden. Das Team läuft normalerweise natürlich 20 Sekunden. Ich gehe mal kurz auf Akritzer. Ja, da sage ich dafür den Item. Wie immer typisch bei Farbstoff. Ja, wer meine Streams eine Weile zuschaut, weiß, dass es öfters mal passiert, dass ein Champion mag kein Equipment anhat. So, dann lasse ich den Rand nochmal gerade laufen, dass ihr seht da mit Akritzer. So, also wie gesagt, es geht darum, einfach maximale Max LP Damage Output zu generieren, den Coulon zu resetten und dann das Ganze von vorne. Um das geht es hier. Da kommt wieder Max LP als Coulon Reset, wieder Debuffs drauf. So, und dann bumm, bumm, bumm. Dann kommt Knut dran. Und der Boss ist Geschichte. So, jetzt ist natürlich klar, bei diesem gesamten Konzept von diesen Max LP Champs ist so, dass ein Treffer im Prinzip reicht. Also man muss nicht mit diesen vielen extremen Max LPs rumarbeiten, sondern man kann das Ganze auch mit ein bisschen reduzieren von der Anzahl her, indem man das Ganze so baut, als wenn es nur Knut anstatt von Akritzer kann ich auch eine Coul-Tat nehmen, ja. Spielt keine Rolle. Knut ist in einem Elementbrecher-Set, Affinity Breaker, sodass er auch auf so einer Affinity einen starken Hit landen kann. So, jetzt geht es darum, wir applyen jetzt gleich wieder bumm, bumm. Dann machen wir später mal einen LP-Born drauf. Der wird jetzt durch Buffs auch getriggert, genau. Weil ich das hier Buffs geben, kommt der Boss dran, weil er Rundenmeter kriegt. Dann nehmen wir den LP-Born wieder weg. Coulon Reset war ja gerade, wir applyen ihn wieder. So, wir machen wieder den da und der Boss macht sein Ding und stirbt. So, je nachdem, dadurch, dass jetzt Knut die Schwäche Affinity ist, kann er failen. Dauert es ein bisschen länger. Es ist halt leider so oder ist so. Also von daher, ich zeige euch kurz das Team. Das sieht so aus von den Sets her. Ihr seht, wir haben Grasur im Relentless Gear und ein Wahrnehmungsset bei 280 Speed. Hier seht ihr die Werte dazu. Dann haben wir Kaima, der kann einfach den Speed. Wichtig ist Knut, habe ich im Elementbrecher-Set, wie gesagt. Hilft dabei, gerade gegen fremden Affinities. Wir haben Akritia und wir haben Geomancer. So, der Geomancer ist schon der, der vorher bei dem Team auch ebenfalls drin lief, wo es noch mit Emic gelaufen werden musste. So, wie gesagt, die Varianten kann man machen und das ist einfach mega safe und läuft so schnell. Also, ich finde jetzt, heute läuft es langsamer, muss man dazu sagen, liegt aber daran, dass Knut hier Schwäche-Hit landen kann. Wenn er keinen schwachen Hit landet, seid ihr nach 16 Sekunden durch. Das ist mein Axel-Rekord hier und ich denke, das ist schon eine geile Zeit. Also, 16 Sekunden für so einen Run zu haben, ist schon super. Trotzdem, sei gesagt, muss man natürlich auch sagen, die 16 Sekunden habe ich mit Marius gemacht. Liegt einfach daran, dass Marius netterweise durch seinen Slayer-Set ziemlich gut brocken kann, was Bonus-Damage angeht. Also, mein Main-Team ist, wie gesagt, das eine mit Marius. Okay, das zu dem Dungeon. Das Setup, achso, halt das Setup, das wollte ich euch noch zeigen. Das machen wir noch, sicherheitshalber. Ist eigentlich ganz einfach. Das habe ich verschwendet, wenn euch games nicht so schlimm. Also hier, Rio 1, die A2. Bei mir fängt Keimer an. Wenn ihr langsam Keimer habt, kommt ihr halt einfach nach dem allen Max-LP-Damage und Resetet sofort den Coulon. Dann haben wir Knut, der macht immer die A3 zuerst. Akriza, die A2, weil die schneller ist von der Animation her. Und bei Geomancer sieht es so aus. Bei dem anderen Team mit Marius als Lead, das hier. Da ist Marius natürlich Prio, die A2. Das ist unsere Rio, Knut, Keimer, Akriza. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Okay, weiter geht's. Dann kommen wir zum Maino. Bei Maino laufe ich mit diesen beiden Champs hier oben. Das ist Geomancer, sag ich schon. Ghostborn und Baron. Die beiden kommen sehr schnell zum Boss. Okay, leider habe ich schon das Problem, dass Venus von Hause aus eigentlich ein bisschen schneller ist. Moment, ich werde mal kurz was machen. Also das Team läuft sechs Sekunden. Ihr würdet so Food mitnehmen, ne? Die ist halt leider schon von Hause aus sehr schnell. Deswegen kommt sie vor Baron dran. Baron hat einen geringeren Base-Wert. Mit allem drum und dran. So, also ihr seht, zack und dann sind wir nach sieben Sekunden durch. Die beiden laufen. Der Speed von Baron ist sehr slow. Das heißt, Baron hat hier 120 Speed. Und es ist wichtig, in der ersten Runde die A3. In der zweiten Runde die A1. Damit prockt er den Passiven. Das heißt, wenn er jemanden tötet, geht der Restdamage auf die anderen. Und damit tötet er die ganzen Wave. Und beim Boss ebenfalls. Ghostborn ist jetzt wichtig. Der macht zuerst die A2, damit die erste Runde schon ein bisschen angehauen ist. Bei der zweiten Runde macht er die A1. Damit trifft er einen Add, den ebenfalls Baron angreift. Der dann damit die ganze Wave dann cleart. Und beim Boss soll er die A3 machen, damit wir einen Angriffssteiger haben, um den Boss nochmal richtig ins Aus zu wischen. Dadurch sieht das dann, also erste Runde, A2, Ghostborn, bumm. Dadurch reicht der Damage, um hier alles kaputt zu hauen. Dann macht er die A1, den Defense. Und den greift jetzt Baron ebenfalls an und verteilt den Damage. Und hier den und dann zack. Boss ist Geschichte. Und damit könnt ihr sehr, sehr schnell diesen Dungeon farmen. Das heißt, ihr werdet so ungefähr in 20 Minuten maximal ein Champion komplett auf Masterpiece hochziehen. Und braucht dann nicht die teuren 800 Gems ausgeben. Okay, dann machen wir mal Venus wieder rein, weil das ist diejenige, die hier nächstes Mal mitlaufen sollte. Oh, da wollte ich sie haben. Was ist das noch? So, lassen wir das. Okay, dann gehen wir weiter zum Ice Golem. Beim Ice Golem laufe ich Hard Mode mit meinem, ja im Prinzip Standard Team. Ich zeige euch mal eine Variante, die funktionieren würde, wenn Knut alles fokussen würde. Wo ist denn mein Team jetzt mit Knut? Habe ich das gar nicht mehr drin? Ja, schade. Da ist es so, dass Knut den Boss einfach tot basht. Es ist ein Unkillable Team. Doch, da unten ist es doch. Zeige euch mal, wie das aussehen würde, wenn wir den Boss automatisch fokussen könnten. Wäre da super. Leider geht es nicht. Aber als reines Showcase zeige ich euch das jetzt, wie das aussehen würde. So, jetzt wollen wir den Boss fokussen. Unkillable drauf. Knut basht den Boss. Der Boss haut zurück. Natürlich uns die ganzen LP weg, ist ja klar. Nicht weiter relevant. Cooler Reset. So, neu Unkillable drauf. Boom, boom, boom. Wieder drei Hits. So, doch, wieder haut der Boss drauf. Wir resetten dann gleich. Boom, wieder. Wir kriegen ja keine D-Bus. Wir können kein Damage bekommen. Ja, das wäre so schön. Es wäre schön. Aber leider geht es nicht. So, und jetzt macht Knut den Boss dann kaputt. Also, das ist ein wunderbares Team. Läuft sehr schnell. Leider, wie gesagt, nicht erlaubt. Das Auto-Automatisieren mit dem Helper. So, das heißt, wir laufen mit dem Team. Das ist das klassische Team. Wir wäschen uns mit den ganzen Champions hier durch. Die, durch die einzelnen Waves. Und, ähm, A-Tag macht dann den Boss alleine mit seinem LP-Born. Das heißt, kommt ein Angriff. Angriff. Rundenmeter und Buff geben vom Apotheker. Defensive Quiz und Schwäche drauf. Und jetzt, wusch, mit Zia. So, jetzt das Ganze wieder. A-Tag macht einfach A1. Cooler Reset. Apotheker. Wir machen A3. Und Zia macht den Nuke. So, achso, ich hätte ja Auto drücken können. Egal. So, jetzt sind wir beim Boss. Und jetzt geht es darum, dass wir mit Zia keinen A3 mehr machen. Ja, sondern A-Tag soll einfach mit seinem LP-Born die, den Boss töten. Am besten ist es, die, eure Verbündeten sterben, so schnell es geht. Warum? Jeder Verbündete, der am Leben bleibt, kostet euch Zeit. Also Zeit, wie der Dungeon läuft, weil die Animationszeit kostet ebenfalls Zeit von einem Champ. Und es euch bringt ein anderer Champ nichts. Also, wenn A-Tag das hier alleine macht, ist er schneller, weil er macht seine Animationen durch. LP-Born tickt relativ schnell. Das ist keine große Animationszeit. Und ihr seht, wie wir den Boss dann Stück für Stück damit runterhauen. Es ist natürlich blöd, das ist echt so. Trotz dem hohen Widerstand können wir die Debuts bekommen. Also, es geht in diesem Team darum. So, in diesem Team geht es darum, wir applyen Defensive Crease und Angriffssteigerer. Und die Zia haut dann die Ads kaputt. So, ihr seht ja, so ist der Zustand, jetzt kommt die A3 und dann bumm. Der Apotheker ist nur mit, damit ein Buffy geben wird. Es ist einfach wirklich, ich habe den einfach nur aus Jux mit, weil ich es witzig finde, dass hier ein Rare mitläuft. Brauchen tun wir ihn nicht. Und ein Rare kippt schneller um als ein Epic oder Legendary, weil die meistens bessere Stats haben. So, und dann ist es schön, wenn die Ads hier schneller sterben. Das wollt ihr. Umso schneller die Ads weg sind, umso besser. Denn auch die kosten Animationszeit. Und Zeit ist im Prinzip beim Farmen alles. Ihr wollt nicht unnötig lange farmen. Klar, dem Helper ist es im Schnurz, wie lange ihr lauft. Trotzdem ist es schön, wenn euer Team nicht 100 Jahre läuft. Dann ist es so, ihr könnt natürlich Damage bekommen. Ihr könnt hier auch Debuffs bekommen mit diesem Team, mit dieser Variante. Da ich den Ice Golem aber nicht aktiv farme, sondern wirklich nur in Events, ist mir diese 2,2% Failquote, die ich habe, nicht wichtig. Denn, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wie effizient wichtig ist, da gibt es ein getrenntes Video zu. Da zeige ich euch dann, wie die Dungeon Farme, wenn es um Effizienz geht. Da sieht es nicht ein bisschen anders aus, sieht jetzt so. Da kann man das auch noch schneller machen. Ist mir jetzt irrelevant. Geht mir das darum, dass es läuft. Das ist dieses Team. Das Setup ist relativ simpel. Ups. Das ist relativ simpel. Wir gehen nachher nochmal über die Champs drüber, in den Teams. So, ich zeige euch das Team. Also Sia in der ersten Wave A3, in der zweiten Wave, das ist falsch so. In der zweiten Wave die A3 und beim Boss die A3 ausschalten. Weil das könnte ihr mit dem Hint auslösen, wäre schlecht. Einmal nur die A1, in der zweiten Runde die A3 dann. Als erstes könnt ihr ruhig machen, dann macht ihr sowieso. Und dann beim Boss auch die A2 ausschalten. Dann haben wir bei A-Tag offen. In der ersten, da ein cooler Rosette kommt, ist es egal, was er in der ersten Wave macht. In der zweiten sperren wir die A2 und A3. Und beim Boss fangen wir mit der A2 an. Damit wir nicht zu viel Damage bekommen gleich. Ihr könntet aber auch mit einem LP-Ball anfangen, spielt keine Rolle. So, dann haben wir die A3. A3 und beim Boss egal. Also Ghostboden ganz klassisch. Apotheker, A3, A3. Und dann nur die A1 machen. Er soll die A2 nicht benutzen, er soll keinen heilen. Weil sonst heilt er die. Man ist hier oder so und die wollen wir nicht heilen. Die sollen so schnell wie möglich sterben. Denn wie gesagt, beim Boss brauchen wir, wollen wir jetzt nicht Zeit verlieren. So. Hier spiele ich das Team. Das dient dazu, schnell diesen Dungeon zu schaffen. Das heißt, wir applyen eine P-Burn. Wir lösen den aus und applyen eine Defense-Requise und Schwäche. Dann kommt... Ja, schade, es hat es nicht gereicht. Zum Beispiel drei Turns geht es. Je nachdem. Also das Team kann drei Turns laufen, wenn Marius mit seinem Slayer-Set gut prockt. Das heißt, wenn er Bonus-Damage triggert, killt er den Boss alleine. Oder wenn wir Schnitter drauf hätten. Dann würde der in drei Turn den Boss zerlegen. Leider habe ich keinen Schnitter auf ihn drauf. Und somit muss Akriza nochmal nachzücken. Ja, das Lied läuft vier Turns. Seht ihr? Relativ einfach. Das Setup... Ich kann nicht sagen, wie das ist. Hast du da oben? Ungünstiger kann man das nicht programmieren. So, das Setup. Warum läuft Pushar mit? Speed-Aura. Also alles. Also Akriza einfach offen lassen. Sie macht sowieso die A2 als erstes. Könnt ihr noch angeben. Gebt es euch noch an. A240 Speed. Wir haben Marius mit 260 Speed. Er nutzt den hier. Als erstes die A2. Wir haben Ignatius für die A3. Das ist ein LP-Burn, der garantiert ist. Ihr könnt auch mit Dwayne rein. Also Dwayne hat auch einen LP-Burn, der nicht resistet werden kann. Geht auch. Und wir haben es dieses Jahr, die mit der A2 den LP-Burn auslöst und Defense-Dequise und Schwäche applied. Auch wenn da welche Fällen durch Marius die A2 klappt das. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wir hier sehr, sehr schnell durchkommen. Bei uns Donner-Sigarette, Leute. Wie verrückt. Voll mit Unwetter. Boom, 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 boom. So. So, zack, zack. Unwunderbar. Ja, okay. Da ist du halt mal. Okay, das jetzt zum... So, Spinne. Kommen wir zum Drachen. Beim Drachen laufe ich ebenfalls mit Marius. Hier habe ich jetzt Taras mal getestet. Anstatt Zier. Hat noch nicht so gut funktioniert. Also in den Waves kommt nichts an Zier ran. Also, äh... Ja. Let's go. Warum seht ihr immer dieselben Champs? Das ist immer selbe. Immer Knut. Immer Rio. Immer... Ganz einfach. Ich bin Freund davon. Ähm... Dungeon mit so wenig verschiedenen Champs wie möglich zu laufen. Dann spare ich mir Equipment. So brauche ich dann 3, 4 Champs. Equipment an Damage-Tierer maximal. Und das hat sich. Und Rio benutze ich dann beim Twin-Boss. Beim Drachen. Beim Sandteufel. Beim Phantom Shogun. Überall wird dann Rio benutzt. Und überall wird Knut benutzt. Und überall wird mein Champion Marius benutzt. Das spart mir am Ende Equipment. Und ich kann mich dann mit bei manchen Equipment einfach auf bestimmte Sets konzentrieren. Oder bestimmte Champs, um die woanders viel zu equipen. Also, das ist das Drachenteam. Waves, Sia, Boss, Knut und Marius. Ihr seht Marius auch mit Knut zusammen. Wieder super Damage. Und Sia für die Waves die 3 Millionen. So, als Setup. Rio in der ersten Wave die A3. In der zweiten Wave die A3. Und beim Boss die A2 zuerst. Yumeko hat nur die A1. Nur die A3. Denn wir wollen beim Boss den Hexeplein. Dann passiert folgendes. Der Boss greift es an. Und das Gift wird reflected. Wenn der Boss Gift hat. Das sieht er ja hier. Wann immer ein. Ne, warte mal. Das war bei dem Hexe. Hier, Entschuldigung. Da sieht er. Wann immer ein Gegner versucht Debuffs auf diesen Champion oder einen Verbindeten zu applyen. Hat man 30% Chance diese Debuffs zurückzuwerfen. Bei den Anzahl von Giften die er applyen will. Gehen auf jeden Fall welche zurück. Und damit haben wir Gift auf dem Boss. Dann haben wir Knut mit der A3. Logischerweise bei den anderen. Bei den beiden Waves benutzt er die A2 zuerst. Wir sperren die A3 in der Wave 2. Wir brauchen die beim Boss. Marius einfach A2 und Buffs geben für Sia. In der zweiten Wave machen wir nur den A3 und A1. Und beim Boss dann genau andersrum. Wir wollen den hier zuerst haben. Sia in den Waves. A3, A3. Und beim Boss wieder sperren. Also damit läuft das Team dann auch knapp über 30 Sekunden. So kommen wir zum Fire Knight. Haben wir da etwas getestet. Beim Fire Knight laufe ich. Gibt es auch ein Video für. Für die ganzen Teams die wir hier laufen gibt es immer. Das muss ich suchen. Oh hier da ist es. Jetzt gucken wir mal gerade auf Rasselwag. Ob alle Equipment sind. Nicht dass es wieder irgendwo Equipment fehlt. Sieht gut aus. Okay. Also dieses Team basiert darauf natürlich mit Gruppenangriff schnell das Schild runter zu hauen. Und mit Knut und Rasselwag schnell durch die Waves zu kommen. Also es ist so, dass Rasselwag, wenn man gut baut, hier einfach wirklich shottet. Also er hat richtig Damage Potential. Haben natürlich alle Champions, die gute Multiplikatoren haben. Nur es gibt wenig Champions, die zwei AOEs haben plus ein Multi-Hit auf der A1. Der Triple-Hit plus den Segen hat halt eine Chance 4 Hits auszulösen. Und das jetzt sieht man, Achtung, das war jetzt nur 3 Hits. Der war doch 4 Hits. Der hat da 4 Hits ausgelöst. 4 Hits halt. Das sind 4 Stacks vom Schild weg. Dadurch kann Knut hier einfach mal 2 Hits direkt oder 3 sogar das Rundenmeter nehmen. Und ihr habt Chance zu failen. Dann sieht man, dann kommt Kulang im Set und wir machen erneut einen Gruppenangriff. Womit Knut wieder das Rundenmeter lernen kann. Rasselwag haut jetzt mit einer AOE drauf. Macht 181k. Und auch der Gruppenangriff macht Rasselwag richtig gut Damage pro Hit. Wenn er bis zu 100k macht. Also es ist wirklich enorm. Knut macht natürlich den meisten Damage auf den Boss logischerweise. So jetzt kommt noch der Schnitter. Und jetzt kommt er nochmal und zack 133k. Ein Boss. Also es ist wirklich ein guter Damage wert. Und ihr seht, wir kommen hier nach zwischen 16 und 20 Turns läuft das Team zwischen 53 und 1. Je nachdem Mastery Procs. Na ja. So. Ihr seht auch schon die Sägen. Wir sind relativ hohe Sägen. Ohne Sägen glaube ich nicht, dass wir das so gut packen würden. Dann haben wir von den Werder. Da gibt es aber ein Video extra für. So. Wir sind Runde 1. A3. Alles sperren. Runde 2. Den Speed geben wir. Runde 3. Auf jeden Fall den Gruppenangriff als erstes. Das Rasselwag in der ersten Runde, um den Damage zu steigern und den Skill schnell wieder ready zu haben. Die A3. Dann machen wir da auch die A3 oder die A2 nachdem. Und beim Boss fangen wir mit der A1 an. Aber Prio hat dann der hier. Durch den Speed Increase, den er sich selber gibt, kriegen wir noch mehr Speed und somit mehr Damage. Zadiel A1. A1 und beim Boss den Gruppenangriff. Wir haben Kaima, alles sperren. Bis auf den Boss dann die A3 zuerst. Und bei Knut, der sollte in den Waves die A2 machen. Und beim Boss die A3. Das ist eigentlich alles. Und dann plus die Sägen. Den Speed habt ihr ja gerade gesehen. Die Sägen neben dran. 318, 248 vom Rassel. Zadiel 359. Kaima 214. Knut 267. Inklusive den Dungeon-Auren oder die Dungeon-Stats, die es gibt durch die Arena. Arena-Bonus. So, kommen wir zum Sandteufel. Das ist mein Sandteufel. Ich sehe auch wieder, wie ihr bis auf Siffy. Siffy könntet ihr gegen jeden Stämpchen austauschen, der Sleep Applied. Also es muss keine Siffy sein. Siffy hat den großen Vorteil, dass der nicht resistet werden kann. Deswegen ist es ja 100%. Ihr könntet aber jeden nehmen, der irgendwie in eine Richtung diesen Debuff Applied. So, dann kommen die Debuffs drauf. Marius, bumm, bumm, bumm. Dann kommt Knut, bumm, bumm, bumm. So. Dann kommt Kulon-Reset. Jenga. Wir kommen ein Hit wieder. Und dann kommt Marius dran. Und meistens ist er jetzt schon Geschichte. Ja, da seid ihr. Geschichte 13 Sekunden, 10 Turns. Wenn jetzt Marius da fehlen sollte oder ein Debuff nicht sitzt, macht Knut das Ding fertig. Das Schöne ist, dass das Team jetzt... Ich würde sagen, 90,999% läuft. Das ist das Gute. Vorher war es nicht so. Der Boss hatte mehr Defense. Wenn dann ein Debuff failte von Rio, dann konnten Knut oder Marius definitiv nicht schaffen. So schon. Also. Ja, wie gesagt. Das Team läuft sehr schnell. Wir machen zuerst den Sleep. Wir machen dann die Debuff von Rio. Dann natürlich die Max-LP-Skills von Marius und Knut. Und ihr seht schon, wie weit er jetzt runter ist. Getroppt ist der Boss. Also es geht auch in 6 Turns. Wenn Marius gut seine Dinger progt, geht es auch schneller. Also es steht und fällt immer von der Geschwindigkeit mit den Marius-Procks. So. Die Stats. Mal gucken. Also Marius auf jeden Fall. Rio hat die 2. Knut die A3. Rio macht zuerst die A2. Und dann soll er die A1 machen, weil es wegen Zeitsparen ist. Logischerweise Keimer als der Langsame. Hier aufpassen. Der hat nur 231 Speed. Die 421 ist völlig übertrieben. Also es reichen 350, glaube ich. Also so viel muss es nicht sein. Das ist einfach nur meine Siffi für die Arena. Und dann seht ihr hier. Die Genauigkeit ist nur bei Rio, damit sie Debuffs applyt. Wir brauchen aber keine 645. Es reichen 495. 495 Genauigkeit braucht ihr, um diesem Boss die Debuffs zu applyt. So. Vom Setup. Dann gehen wir weiter zum letzten Dungeon-Boss. Das ist Phantom Shogun. Den laufe ich so. Anstatt Taras könnte auch wieder Marius rein. Ihr seht, es sind wieder dieselben Champs. Er hier läuft nur mit, dass er den Debuff frisst. Jetzt kommt es aber. Wenn wir das Ganze abändern wollen würden, dann könnten wir auch tatsächlich so laufen. Das würde ebenfalls funktionieren. Dann würde Knut den kriegen. Und da Knut ein Affinity Boy-Gassett hat. Pass auf. Boom. Knut kann trotzdem seine Max-LP-Hits machen, weil durch das Affinity Boy-Gassett er diesen Debuff ignoriert. Ganz einfach. Also wir machen erst dann mit Marius. Dann kommt Knut dran. Achtung. Dung, 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 Dung. Da ihr seht, trotzdem zwei Teffi getroffen. Dann kommen die Debuffs. Die werden jetzt wieder entfernt. Dann kommt Cooler und Reset. Und Marius macht den Boss platt. Also das geht so. Das läuft sehr schnell. Das ist die eine Variante. So könnt ihr das machen. Wenn Knut, der mit dem höchsten Max, äh, mit dem höchsten Wert ist. Oder sagt, wenn ihr nicht so viel habt, ich spiele es so. Aber nur, weil ich irgendwie Matarys benutzen wollte. Das hat keine Bewandtnis, es so machen zu müssen. Das spielt auch keine Rolle. Ihr habt gerade gesehen, wenn ihr ein Affinity Boy-Gassett habt auf Knut, könnt ihr das auch so spielen. Ohne Probleme. So, dann ist es im Prinzip das no-stable-Team. Es läuft alles gleich lange. Je nachdem, wie schnell er abgibt. Wenn er gleich getroffen hätte, wären wir nach 16 Sekunden durch. Wie gesagt, ihr könntet anstatt Taras auch noch Max-LP-Champion nehmen. Würde genauso von einem Coat-Gard rein, einem Royal Guard rein, was auch immer. So, vom Setup her ganz klar. Knallern ist unser Tank, der hat den höchsten Crit-Damage. Wie gesagt, ihr könntet auch einen Knut nehmen, wenn ihr ihn schafft, einfach auf einen Affinity Boy-Gassett zu machen. Dann geht das auch so. Also, Knallhorn macht die A3, ist einfach slow. Der Keimer ist erst die A1, dann die A3, weil er 278 Speed hat. Rio wieder, wie immer, erst die A2, dann die A3. Taras macht die A2 und Knut eben Prio die A3. So, das waren alle Dungeon-Bosse im Schnelldurchlauf. Bei den Potion-Dungeon gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die Potion-Dungeon sind irrelevant im Late-Game. Weil man die durch irgendwelche Events sowieso mitbekommt. Ich zeige euch jetzt kurz die Champions nochmal im Schnelldurchlauf. Also, mein Keimer hat ein Set Stoneskin an und ein bisschen Resistance mit Speed. Den spiele ich auch nur in den Dungeon komischerweise. Dann haben wir Taras, der läuft auf Damage, volle Kanne mit 274 Speed. Der ist wirklich Max Damage hier und voll LP drauf. Da muss ich nochmal umbauen, da ist noch Angriff drauf. Dann haben wir Rio, läuft... Achso, ich kann nochmal die Masteries noch zeigen. Moment, die Masteries hier beim Keimer. Dann haben wir beim Taras, voll Damage. Und das ist hier alles voll, ne? Also, Crit-Damage-Item, LP-Prozent, LP-Prozent, Speed mit LP-Prozent. Man könnte, wenn man das noch weiter wollen, würde den Speed noch ein bisschen höher machen. Dann wären wir bei 286 Speed. Würde für die Arena natürlich nice sein. Das bin ich aber überlegen, ob ich das mal mache oder nicht. Aber vielleicht nicht mit dem Item, sondern mit einem anderen. Mal gucken. So, Rio, Masteries sind runter zur Genauigkeit, damit wir diesen Damage-Bonus kriegen. Äh, den Genauigkeits-Bonus. Und ansonsten haben wir 315 Speed bei 645 Genauigkeit. Ist natürlich viel zu viel. Dann haben wir Knut im Affinity-Walker-Set. Die Stats sind relativ schlecht für Late-Game. 4.000 von Defense, 255 Speed. Und dann je nachdem, welchen Content ihr lauft, ist natürlich der Speed dann höher. Eben durch diesen Bonus von Arena. Und dann haben wir 324 Genauigkeit. Mit dem Bonus reicht ja die Genauigkeit in den wichtigen Stages. Dann haben wir Gnallhorn. Der ist halt sau langsam. Dafür voll auf Crit-Damage-Set. Hier überall Crit-Damage drin, damit wir den Crit-Damage hochjagen. Und er dann eben am Ende bei 395 Crit-Damage stand. Natürlich völlig übertrieben, weil wie gesagt, ihr könntet, das habt ihr ja sehen. Könnt auch mit Knut das machen. Die Masteries bei ihm sehen so aus. Völlig irrelevant. Und bei Knut sehen die Masteries natürlich so aus. Da Max-LP gecappt ist, nehmt ihr keinen Helmsmasher. Der Damage ist sowieso gecappt. Da nehmt ihr Riesenbezwinger. So, dann haben wir die Akritia. Dort ist ebenfalls gecappt. Deswegen ist hier Kriegsmeister drin. Und ab 3 Hits nehmen wir dann halt den Giant Slayer. Auch die Damage Masteries. Plus auch hier wieder ein Set Wild. Wobei im Rulentskir sie mir an einer Hydra besser gefällt. Dann haben wir Marius im kompletten Slayer-Set. Und das dient dazu, dass wir den Bonus davon mitnehmen, der relativ hoch ist. Ne Chance auf Damage zu wiederholen. Das ist ein Max-LP. Der kann richtig Schaden machen. Prozentual gesehen. Und ansonsten auch wieder alles, was Damage geht. Speed ein bisschen höher. Wenn ich zu langsam ist. Leider nur 4600 Defense. Und 300 Crit-Damage. Auch hier die Masteries. Giant Slayer. Dann haben wir... Siffy ist einfach nur Speed. Einfach nur schnell. Der langsame Kymer ist der Damage-Kymer. Den wir zum Beispiel beim Fire Knight spielen. Der ist auf Damage gebaut. Der hat dann 5000 Angriff. Fast 100% Crit-Quote. Einfach nur kurz dessen, dass ihr mit Zadiel-Spielen der Crit-Quoten-Steigerer gibt. Fällt das nicht auf. Das sind die Masteries. Wir haben Rasselwag. Der Voll-Off-Damage ist. Durch den Bonus in allen hat er dann 8000-Fanage. Angriff bei 313 Crit-Damage. Die Stats sind natürlich gut. Muss man so sagen. Und beim Finite finde ich ihn wirklich sehr stark. Leider muss man sagen, dass hier beim Finite die Wertung, glaube ich, war nicht ganz so gut. Das kann man gucken. Doch 4,6. Okay, passt. So, und dann auch hier wieder Helms-Masher. Da er kein Max-LP macht, macht er das auf jeden Fall. Der Damage kann richtig nach oben skalieren. Dann haben wir Zadiel. So schnell wie es ging bei mir eben, dass er fast mit seinem Bonus an 100%, äh, er 70% Crit-Quote hat. Mit seinem Crit-Quoten-Steigerer hat er dann 100%. Äh, auch Damage. Und bei den Masteries, ähm, sieht die ganze so aus. Dann auch Kriegsmeister. Und wir haben Padraic. Der hat irgendwas an. Hauptsache er hatte diesen Speed, ja. Das ist vollkommen Wurs-Schwart, der anhatte. Ähm, der ist noch der erste Aufbau. Der muss auf jeden Fall noch besser werden. Äh, aber Mords-Champ. Und auch hier, ähm, eben auf Kriegsmeister gegangen. Ja, dann haben wir noch Yumeko, die einfach nur irgendwas anhat. Die spiele ich gar nicht mehr. Eigentlich nur noch in den Dungeon. Der hat nur noch 354 Speed. Und wir haben Sia, Fall of Damage, den Ring weggenommen, damit sie schneller stirbt bei Bossen. Und hier geht es darum, den Crit-Damage hochzutreiben im Build-Set. Das ist eigentlich das Entscheidende. Bei den Masteries habe ich auch Crit-Damage drin. Damit jeder Run gleich ist. So, da haben wir noch, ähm, jo. Er läuft nur mit, wie sagt er, macht nichts. Ist nur der Geschwindigkeit. Einfach nackt reinstellen. Das reicht schon bei der Spinne. Dann haben wir Sia, auch irgendwas drin. Irgendwelche Sets. Hauptsache sie ist schnell und Genauigkeit für die LP-Born auslösen und so weiter. Genauso wie bei ihm. Ignatius, der muss ja schnellste sein von allen. Einfach fast 300 Speed bei 306. Genauigkeit. Ghostborn ist auf Damage gebaut. Hat leider keine 100% Crit-Quote. Spielt aber auch keine Rolle. Ähm, da ich ihn nur in zwei Dungeons benutze. Einmal für die Waves zum De-Buff, dann macht Sia den Damage. Und einmal beim Minotaurin, da wo er die Schriftrollen farm, dort macht Baron den Damage. Also ist das ein bisschen zusammengewürfelt. Dann haben wir A-Tag im Regeneration-Set bei 300 Speed, 541 Resistance und 366 Genauigkeit. Bei 300 Speed plus den Sägen im Merchants-Heal ist wichtig. Da kriegt ihr ein Schild. Dadurch nochmal ein Bonus-Heal hat es dann leichter. Und ihr solltet LP und Defense gut aufteilen, dass eine gute Mischung aus beiden entsteht. Bei den Masteries geht es runter zum Widerstand. Wenn ihr Widerstand schon hoch habt, geht ihr runter auf Genauigkeit. Je nachdem wie ihr wollt. Ihr könntet das Schild ein bisschen erhöhen, wenn ihr wollt. Hier um 5%. Könnt ihr euch überlegen. So Apotheker, der ist irrelevant, hat 247 Speed, schon eh und je, seit Anfang an. Das ist mein Equipment, weil ich glaube, wie viele Jahre ich da schon drauf habe. Und dann haben wir noch Geomancer, der läuft 284 Speed, hat Komplett Genauigkeit und 576 Speed. So, das war's. Die große Halle, die Affinity-Bonus-Halle ist komplett ausgebaut und der Area-Bonus sieht so aus. Beim Fire Knight und ansonsten beim Sun-Teufel auch noch ein bisschen Ignore-Defense. Das war's. Also Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es war jetzt lange, 32 Minuten gleich. Ich hoffe, dass das das ist, was ihr sehen wolltet. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.